ARD Text im Auftrag von Funk Meinst genau dann, wenn der Gegner da schon auf das Ding kämpft? Boah, ich seh den gerade nicht. Das ist... Cometly Bitch! Oh, unter uns. Danke fürs Baden. Noch einer, rechts. Ich bade immer gern für dich, Förderick. Wie sehr? Da wird nur mein erstes Queer Red, wenn man drauf geht. Bleibt der Herr? Ich wollte nicht so viel lang geflogen. Du kennst sie ja. Äh... Ausfall so, die linke Maustaste gedrückt. Das ist so schnell passiert. Hau rein. Machst du ja echt gut mit dem Baden. Wir haben sich auch nicht schlecht getroffen. Also... Eigentlich nicht erstaunlich. Und zu, natürlich. Und? Was ist denn da rein? Ah, das ist gut. Hallo. Der hat mich angehlt jetzt. Gott. Der hat nur 30 erfährt. Der lebt? Hm. Der ist ja vor mir oder so. Ja, da... Nein. Da muss ich jetzt mal den Axe reingraben. Ja. Oh Gott, da kommt der V-Tank. Ungenuss. Ungenuss ist, dass hier mehrere Leute von außen reingucken. Einer noch. Ja. Hä? Fad's wieder raus was man sollte. Glaubst du hier hin? Okay. Ach der ist doch durch den Baden. Der hat Schenkel gesagt. Muchen wir doch hin. Kommt einer raus. Im schicksalig bist du. Er kommt um die Ecke ran. Und ein Kader hat mich in so einer Mars-Automatic einfach instinkt. Oh mein Gott, 20... 20 schämen, dass ich mich der erste Schöne hatte. Ja. Okay, ich weiß noch nicht, wenn ich ihn instinkt wieder Snapper-1 hätte, dann muss ich ihn nicht schämen, oder? Nein, nicht so richtig. Nein, V-Mate. What the fuck, was machen die denn jetzt da? Geil. Oh, jetzt kommt doch einer. Einen Kotz. Ja, noch zwei. So hast du das. Jetzt sind zwei auf mich da gegangen. Drei. Bei mir hier. Oh, Leute. Okay, dann. Einer von beiden tut... Wie ist der Moni da in der Wand drinnen? Ja, er hat mich gehalten. Irgendwas Support-Nästiges dabei? Nee, das Snipe hat ihn nicht getötet. Anzettabel. Okay. Head up. Hm? Lieder mit der Head-Shotgang gehead-shotted. Morg, fast gut. We have lost Objective-Shotting. D-Mate, glaube ich, ist das. Ja. Er ist ja los mit der Up-Shot-Shot-Shotung gewonnen. Michael, was macht der D-Mate daneben? Was, was folgt der von dem? Das ist nicht. Ah, die Idee. Ah, das ist in der Endschub auf D. Das ist okay, wenn wir das nicht. Äh, der noch D. Ich hab noch Flares. Ach du Scheiße. Das ist nicht so viel. Aber keiner unten? Na, einer? Na, du zieht mir Fortschrank. Dann komm ich wohl mal ein, ne? Weiß auf dir. Das ist so krank, wenn du alle Schüsse hättest. Das ist so lustig. Na, ist ausgestiegen. Was ist das? Hat mich, glaube ich. Oh Gott. Ach, das war der. Moment. Der ist wieder eingestiegen. Er hat geschossen. Der ausgestiegen. Ne, ne. Ich hab geschossen. Ach so. Okay. Oh Gott. Ich lecker. Ich hab' da. Ich hab' da. Ich hab' da. Ich hab' da. Das ist keine Fotos. Das ist so dumm, dass man jetzt drinnen sitzen bleiben kann. Und man keinen Fick mehr geben muss. Und noch einer, äh, auf der gleichen Seite. Ich hab' die Flieger. 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 Ich verliere die Flieger. Oh, ist krass. Okay. Ich steh'n direkt neben meiner Fortressguns. Weil. Oh, jetzt kommt's da. Komm zu der Flieger. Okay. Oh, meine Fortressguns da. Oh, nein. Das könnte wieder sowas werden. Wie schön, wenn das andere Filet ist. Das Limpet. Oh. 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 Ganz klar. Der ist einfach ganz klar, ganz gut. Da ist kein Geiger-Tats. Ich bin rausgeflischt. Warum bin ich rausgeflischt? Das kann aber gar was sein. OOOOOOOOO, Einig Helm. Einig Helm. Der hat die Produktion. Drei, alle. Ne, die stehen vor der Tür. Ich komm zusammen. Die stehen da so rum. Oh Gott sind da viele. hier bei mir kommen auch wenn du hast die seite ich versuche sie auch nicht zu holen was medkitsch oh wir haben uns die alle sentry und im infected Doppel Sentry jetzt kommt ein Engebo, kann es sehen das ist das Gott mit der in der Sprüche der hat es nicht mal gewusst ich glaube ich habe ein bisschen Leckvorteil gerade eben gehabt Landship finde ich ja jetzt hier tendenziell aber Moment, das ist ein Landship ein Light-Tech das sieht gut ich glaube was du Freddy hier steht ein Landship und Light-Tech nebeneinander ah 2 hält 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 bei mir ah ok wir sind jetzt nicht mehr ah gut ich habe ein Blitz das ist ganz gut das ist ganz gut ich habe einen Blitz ich habe einen Blitz ich habe einen Blitz und ich habe einen Blitz ich habe einen Blitz so sind beide Panzer hier ja Leckt auf jeden Fall ich halte es nicht so aus da haben wir eben doch wieder einen die haben höher 2 Tanks geworben unser Gegner-Team Ich hätte auch gern so schnell Tanksports, aber dafür müssen wir verlieren. Langen zwei Leute in den Gang, nach C rein. Oh fuck. Ich versteh die Leute nicht, weißt du, die Rennen immer im C wird gecapt gegeben, aber hart kein Fick und die Rennen einfach nach oben. Der Rest existiert nicht. Irgendwie müssen 2-3-Sorten. Fuck, fuck, fuck. Nachladen. Leck. Hinter mir. Ich würde ja gerne auf die Sport. Oh Gott, ich bin tot. Ich hab 10 AP. Ich hab einen Hitter gesammelt. Irgendwo schießt. Ich glaub, ja, ein Standardstein ist einer. Fuck my life. Muss ich einmal hinten mit dem Tod. Oh mein Gott, die Chance. Ich versteh jetzt nicht. Da muss ich immer hafen. Äh, dann wird alle ja. Dann ist B. Ja. Noch woanders. Uuuuuhh. Warte, die sind wie, ich hab das im G. Hat so ein Sniper. Und mich hat jetzt nichts zu. Komm, ich komm die überlafen. What the fuck. Okay. Ich hab einen Out. Ich hab einen Out. Ich hab einen Out. Fuck. Aber das hat mir kein Damage gemacht. Aber irgendwas ist anders. Auf jeden Fall. Okay. Okay. Ah, der fällt jetzt ohne der Amy-Tagg auf die Frage. Bist du hinter mir? Weil du bist wieder unsichtbar. Ah, okay. Dann bist du wieder. Doch, was ist das? Halt im Link. Achtung. Im Eingang. Ich bleib einfach hier stehen. F categorisch. Äh. oh meine. Die sind ja schuld. Ich werd dir vielleicht in Gas Só enn – so vor, ey. Ah, die sind ja sauber. Hahaha. Ich hab msatsAR – o После 없어. Eh, guardIN. Das ist sooo ein Witz, ey. Welcome to the Villa over Null. Hatte der vielleicht das bliebende Panzer? Ah ja. Oh je, der Panzer ist weggefahren. Was soll das? Oh komm schon! Support me is half-life. Ey what the- Oh, enemy hat einen 9-Fuß. Ich glaub für rechts an dem Schiff nicht mehr. Ich schau. Krass. Komm her du. Der Imped im Gang. Oh, 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 oh. Ja, genau dort. Oh Mann! Founded! Und Heavy-Tanker. Ich bin ein bisschen eifbar. Weil wir da kein Gefühl gegeben haben, dass die Flagge vor ihm gekämpft wurde. Cool, der ist dann schon mal fertig da drauf. Ich glaube, dass wir im nächsten Dev ganz viele Elite-Klassen haben. Oh ja. Wirklich, Willa mit 100 Schuss oder sowas. Willa Bosa mit 100 Schuss. Ja, das ist schon ein bisschen lower wegen wenig. Ich würde auch nicht glauben. Du hast kaum Killing-Potenzschuss. Was ist das? Ja. Das ist clear. Hinter mir ist nichts hier. Du killst nicht meinen Medic. Du auch nicht. Nee, seht ihr mich so ab eben? Ah, ich guck hier mal. Von da kommt zumindest auch Teammates zwischen euch. Oh mein Gott, ich bin da rein. Holy Shit. Kommt mir. Wo sind die denn alle? Obendrauf müssen wir sein. Willa in der Nutshell. 20 Kills. Oh, ich hab's gar nicht gespawnt. Ich hab's gar nicht gespawnt. Ich hab's gar nicht gespawnt. Finde ich nicht okay, irgendwie. Okay, komm her. Hi. Ein paar liegen. Ich hab's gar nicht gespawnt. Ich hab's gar nicht gespawnt. Irgendwie ist es... Enemy 72. Das ist so komisch, eigentlich. Das ist so komisch. Uh, cool. Das waren zwei. Oh, da kommen welche hier hinten rein. Ich hab's von deren Seite zuhangen. Gas gehabt. Ich hasse sie. Oh mein Gott. Ich hab echt verfehlt auf dem. Ich hab's gar nicht gespawnt. Das ist so komisch. Ich hab's gar nicht gespawnt. So, wie war's? Ich hab's gar nicht gespawnt. Ich hab's gar nicht gespawnt. Ich hab's gar nicht gespawnt. Das klingt doch nix. was sein leichen ich hab da kommen also sag jetzt darüber zu laufen also ich bin jetzt in der liste ja und Und der C, what the fuck? Oh mein Gott! Viele da kommen? Ja, ref sie. Aber... ...kommt natürlich nicht getötet. Achtung, bei mir hier liegt Gas. Jetzt überlegst du zurückzukommen. So lustig. Ich bin zuerst und fliegt jetzt noch eine kleine Kreuzfahrt. Ganz im Ernst, wo will das hin? Mal austesten, wie weit weg man fliegen kann. Ja, wie nutzlos man sein kann. 55 Tempest ist nicht so. Das hat sich wieder so gut angefühlt. Ein Fakt, I guess? Hey, cool. Ich komm nicht zurück. Ich weiß. Oh mein Gott, peace. Oh Mann, das waren zwei, der einen hat gehebt. Oh mein Gott. Ich hab's nicht gehebt. Ich hab's nicht bei denen gespawnt. Oh. Die amount of bad luck for everyone. Oh. Oh. Wie ist der da antieren? Da ist ein Luftschiff! Nichts sicher. Alter, ich spawn bei dir. Bin ins und unter 30 AP. Das war's bei mir, oder? Oh. 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 Irgendwo von links. Ich weiß nicht. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Der hat mir nur Hits gegeben. Best Molly. Oh, ich komm mir alles zu dir drauf. Ach, denn da ist ein Limpe drauf hier. Ja, ich bin... Ist das Klaus. Wenn ihm der Amo-Dropo-Kett ist, wir sind zwei Support-Ketts. Ich hab ihn noch mal spannend. Binks. Und dann hab ich das zweite Support-Kett aufgenommen, und das gleiche gemacht. So, nun hätt ich es dann aber auch nicht. Ich habe ihn nochmal dreißen, das ist die Idee. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Du hast den Fett noch nicht bekommen. Ich habe den Fett noch nicht bekommen geholt. Was ist das? Guck, bei mir war einfach der Tick von dem, also deine Anzahl ist so spät, er ist runtergegangen. Ich habe dann bloß Fett noch nicht bekommen. Ollo, Ollo, hier steht ja einer rumzieht. Ach man, wie war es das? Ja, ich bin so geschöpter. Achso, gerade ich den noch gehört, 20 Kills. Oh Gott, das ist schon wieder 91. Ist das so dumm, wird er wieder für Rose auf dieser Welt. Weißt du, ist es nicht mehr lustig. Ich glaube links, links, unten. Super. Aua. Ich glaube, die Leiter entfacht. Der Tief ist noch klein. Ja, ich bin wurscht. Von meiner Seite kommen noch welche. Wir sind da irgendwie aus einem abstrittenen Flieger gewählt. Haben mich umgewirft. Ich weiß nicht, was passiert ist. Oh mein Gott, er hat mich vergessen. Er hat mich echt vergessen. Oh mein. Hat sie es fallen? Äh, ein bisschen raus. Jetzt. Oh Gott. Zu Gas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Frederik. Ich bin hier nicht im Gas. Oh mein Gott. So. Viele Leute. Aus ihrem Base-Born. War gerade in der Faust nicht dran. Sorry. Andererseits hier nicht. Die kommen besser. Ich weiß nicht, ob die alle tot sind. Ja, ja, ja. Dem erstes ist es aufgefallen, Juli. Ja. Oh Mann, fängt euch doch mit euren Stress-Gas-Granaten. Da ist noch Kils, ne? Ne? Unnötig. Geh weg. Gas, geh weg. So lächerlich. Kaum. Total balanced. Ich stepp ihn noch. Nur kurz rein. Wie immer. Jetzt wär der Tauben schon mal auf den Reihen. Der Dr. so'n Tauben. Ich werde dich damit sehen. Ja, die hätten mich alle gleich fertig sein. Ich finde es nice. Ja. 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 Ja, da ist ein Nadeln. Ja. 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 Ja, ja. 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 Da kann man auch ganz dumm draufgehen nochmal. Straight in den Molly reinrennen. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Teamwelt Molly. Und wahrscheinlich nicht so. Oh, der hat den Jukern abgeämt. Solide. Du kannst bleiben, dann kannst du besser werden. 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 Du kannst bleiben, dann kannst du besser werden.